Hallo meine Lieben, heute mit Anna. Und zwar habe ich bei der Lieben Darum den Essens-Tag gesehen. Und ja, den müssen wir mitmachen, weil ich esse unheimlich gern. Und ich glaube, klein Anna, ich mag auch richtig viele Sachen. Ja, dann fangen wir einfach direkt an, damit die Zeit nicht knapp wird. Und zwar ist die erste Frage, für welche Eissorte würdest selbst du eine Stunde an einer Eisdiele warten? Spaghetti-Eis. Echt? Nicht Zitrone? Spaghetti-Eis, Zitrone und Melone. Irgendwie, ich mag richtig viele Sorten. Okay, ich muss ehrlich sagen, ich stelle mich generell irgendwo nirgendswo an. Auch nicht irgendwie vor Klux und so, ist es mir immer zu blöd. Aber welches wäre mein Lieblings-Eis, ist auf jeden Fall der Erdbeerbecher. Aber ohne Vanille-Eis. Und ich liebe Naturjoghurt-Eis und Amarena. Ja, genau. Und die zweite Frage, mit welchem Getränk fängt die Stimmung an? Welches ist mein Lieblings-Getränk? Mein Lieblings-Getränk? Brause oder Zitronenbrause. Aber wenn es mit Softes, ist es was Apfelschorla. Okay, also fängt die Stimmung an. Ich beziehe das mal auf alkoholisch. Definitiv mein liebstes alkoholisches Getränk, Entschuldigung, ist Gin Tonic. Nicht alkoholisch mag ich sehr gerne Maracuilaschorla. Ja. Dritte Frage, bei welchem Essen kannst du nicht aufhören zu futtern? Milchreis. Milchreis. Bei mir ist es schwierig, ehrlich gesagt. Ich esse nämlich sowieso unglaublich gerne und kann mich generell nicht bremsen. Aber Fleisch, Blockhaus, Steak. Oh mein Gott, ich kann mich in Steaks reinsetzen, überhaupt in Fleisch. Woran kann ich auch nicht aufhören, ist das so? Also ich kann mich generell eigentlich nicht aufhören. Okay, vierte Frage, welches Obst liebst du? Obst. Lieblingsobst. Kirschen. Ananas. Da mag ich noch Erdbeeren. Okay. Erdbeeren. Melone. Okay. Wassermelone. Okay, also ich bin auch totaler der Bärenfreund. Ich liebe Himbeeren, Erdbeeren, Heidelbeeren. Ich liebe Kirschen, ich liebe Physalis, ich liebe Kiwis. Ja, das sind so, glaube ich, meine Lieblingsfrüchte. Genau. Fünfte Frage, was ist dein persönliches Must-Have-Gemüse? Dein Lieblingsgemüse? Mein Lieblingsgemüse. Gurken. Ja, ich liebe Gurken. Paprika. Oh ja. Und Tomaten. Frische aber nur. Frische, ne? Ja, mein Lieblingsgemüse ist auf jeden Fall die Salatgurke. Ich bin verrückt nach Salatgurken. Absolut verrückt nach Salatgurken. Sonst eingelegte Gurken haben es mir auch sehr, oh Gott, Sven, auch sehr angetan. Ja, sonst habe ich, glaube ich, gar kein Lieblingsgemüse. Ich bin doch eher so irgendwie, dass ich doch Obst mache. Rote Paprika mag ich auch wirklich sehr gerne. Was machst du da, ne? Okay, die nächste Frage. Lecker Nudeln. Welche Nudelsorte besucht dich am meisten, besucht am meisten dein Kochtopf? Bei uns gibt es gar nicht so häufig Nudeln, ne? Milchnudeln. Ja, Milchnudeln. Aber ich mag gern Verfalle oder irgendwie heißen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich so gern Nudeln jetzt mal essen muss. Deswegen. Frage Nummer sieben. Romantisch essen gehen. Für welches Nationalitäten-Restaurant entscheidest du dich? Aber nicht für romantisch. Ja, ist ja egal. Aber wo gehst du am liebsten hin? Soll ich beantworten? Ja. Für mich? Also ich gehe gern zum Griechen. Ich liebe griechisches Essen. Ich gehe eigentlich überall gerne hin. Ab und zu mag ich auch den Chinesen ganz gerne, obwohl ich den mir irgendwie abgewöhnt habe, nachdem ich mal eine ganz schlimme Begegnung habe. Was denn? Da, wo ich immer Scampis gegessen habe. Du bist ein Italiener. Ja, da. Okay. Also wie gesagt, ich bin eher, ich gehe immer zum Griechen, wenn ich es mir aussuchen kann. Oh mein Gott, der Grieche. Ähm ja. Achtens. Wasser. Magst du es eher spritzig oder still? Spritzig. Ja? Mit Kohlensäure? Ja. Ich trinke ja nur San Pellegrino-Wasser, wenn es geht. Es sei denn, ich mische es mit Saft, dann nicht. Aber wenn ich Purwasser trinke, dann nur San Pellegrino und deshalb nur spritzig. Ähm. Frage Nummer neun ist nur für Mama. Warum? Weil es geht um Kaffee. It's coffee time. Wofür entscheidest du dich am liebsten? Also ich bin gar nicht so der Kaffeetrinker. Sehr, sehr selten, wenn man mal im Starbucks sitzt, dann trinke ich diesen Karamell, irgendwas. Ja, Kaffee mit Karamell irgendwie. Aber wie gesagt, man sieht sich, ich kenne mich gar nicht aus, weil ich weiß nicht mal, wie er heißt. Okay, aber wenn es Tea Time wäre, lecker Tee. Welche Teesorte trinkst du am liebsten? Pfefferminz-Tee. Oh, ich liebe Kamille. Und Kamille. Ja, aber alles ungezuckert. Ich liebe Kamille und Pfefferminz-Tee ist auch okay. Aber Kamille ist, glaube ich, mein Favorit. Und schwarzer Tee mit Milchmädchen. Oh mein Gott, da kann ich mich reinsetzen. Oh, das ist gut. Das ist schon perfekt. Frage Nummer 11. Was macht dich beim Essen aus? Deine Essgewohnheiten. Essgewohnheiten. Du magst, wenn alles klein geschnitten wird für dich, ne? Mhm. Oder? Sonst hast du keine Essgewohnheiten. Nö, gar keine Essgewohnheiten. Jeden Tag gibt es was anderes. Also mich macht es aus, als ich ein absoluter Fleischesser bin. Habe ich zwei Tage kein Fleisch, kriege ich schlechte Laune. Leider ist das wirklich so. Also es ist wirklich so, den habe ich richtig so. Das ist wie wahrscheinlich manche Leute wirklich ihre Zigarette brauchen. Brauche ich mein gutes Stück Fleisch oder so. Ähm, ja. Frage Nummer 12. Magst du es morgens eher süß oder herzhaft? Herzhaft. Echt? Aber Nutella isst du auch manchmal ganz gerne. Mhm. Aber herzhaft doch ist es eher herzhaft, ne? Ja, bei mir ist es egal. Ich mixe auch mal beides. Ich kann auch Schokokekse mit Leberwurstbrot essen. Ähm. Frage Nummer 13. Was isst du zu abends am liebsten? Du isst warm, ne? Eigentlich immer am liebsten. Ja, immer nur warmes. Warmer oder Salat wie gestern. Ja. Also bei mir gibt es auch kein, irgendwie, was mich jetzt auszeichnet. Ähm. Frage Nummer 14. Keine Lust zu kochen. Was bestellst du am liebsten in der Pizzeria? Jetzt kommt's. Scampi. Salat. Ja. Scampis. Du bist immer Scampis. Ja, Scampis. Anna ist verrückt nach Fisch und nach Scampis. Und wir waren mal in einem Laden und es gab keine Scampis. Und dann hat sie gesagt, sie will da nichts essen. Wir müssen jetzt woanders hingehen. Naja. Ähm. Wenn ich in der Pizzeria bin, also wie gesagt, wenn, dann fahre ich immer ins Vapiano. Und dann bestelle ich mir immer die Pizza Bruschetta. Und ganz viel Rucola. Und, ähm. Ja, und sonst glaube ich, also wenn ich in der Pizzeria bin, muss es halt auch was mit Rucola sein, mit Parmesan frischen und vielleicht Serrano-Schinken und sowas halt in der Art. Okay. Frage Nummer 15. Was bestellst du am liebsten bei McDonalds oder Burger King? Cheeseburger. Cheeseburger. Ähm. Ja. Also, wenn ich zu McDonalds fahre, was bestelle ich mir am liebsten? Normalerweise am liebsten Chicken McNuggets mit Süß-Sauersauce. Oder dazu dann noch ein Royal-TS. Ja. Und bei Burger King bin ich jetzt so nicht so der Burger King-Freund. Also ich fahre sowieso generell nicht so gerne irgendwie zu McDonalds oder zu Burger King. Aber wenn, dann diesen Brownie mit seinem Eis. Hot Brownie. Mhm. Okay, welche ist deine Lieblingsschokolade, klein Anna? Meine Lieblingsschokolade? Kinder Schokobong. Kinder Schokolade. Du musst da empfehlen gucken. Ich hoffe, 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 ich hoffe. Und Kinderschokolade. Okay. Meine liebste Schokolade ist auf jeden Fall die Vollmilchschokolade. Ich esse keine Milchschokolade. Am liebsten mag ich Rittersport volle Nuss. Oh, das mag ich auch. Ja. Und ich liebe Kinderschokolade und Kinderbewaschungseischokolade. Oh mein Gott. Und von Lind. Ich liebe Lindschokolade. Da gibt es auch eine weiße mit ganz Mann und die ist unglaublich lecker. Welches ist deine liebste Süßigkeit? Meine liebste Süßigkeit, das sind richtig viele. Richtig viele. Aber zähl mal vielleicht drei auf. Okay. Kaugummi. Okay. Ein paar Bonbons. Und eigentlich mag ich nur und... Okay, wir geben... Cooler Ballons. Gut. Meine liebste Süßigkeit ist Lakritze. Alles, was mit Lakritze zu tun hat. Oh mein Gott. Ich liebe Lakritze. Und Weingummi. Okay. Welches ist dein Lieblingsgewürz? Beziehungsweise dein Hassgewürz? Mein Lieblingsgewürz ist Curry. Einen Hassgewürz habe ich jetzt gar nicht. Und du? Ja. Kümmel ist nicht so mein Ding. Ja, ja. Aber du machst Zimt ganz gerne. Ja, tja. Das war es auch schon von uns. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Anna, sagst du Tschüss? Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.